Hi und willkommen zurück. Wir wissen schon, dass sich ein Tinnitus für jeden anders anhören kann. Heute beschäftigen wir uns mit Missverständnissen bei Tinnitus und räumen mit ein paar Tinnitusmythen auf. Mythos Nummer 1. Der Tinnitus verursacht Hörschäden und ist schuld daran, dass ich schlecht höre. Das ist nicht richtig. Wir haben gehört, dass Tinnitus eine Folge von einer Hörschädigung sein kann, aber nicht umgekehrt. Der Tinnitus ist kein externes Geräusch, welches unser Gehör schädigen kann. Manchmal haben Betroffene auch den Eindruck, dass in einer lauten Umgebung der Tinnitus schuld daran ist, dass man andere Menschen nicht gut verstehen kann. Das stimmt so auch nicht. Solche Situationen sind auch für Normalhörende anstrengend. Liegt eine Hörstörung vor, ist es noch schwerer, die Informationen aus den Störgeräuschen herauszufiltern. Tinnitus ist nur ein weiteres Störgeräusch von vielen in so einer Umgebung. Aber er ist nicht schuld daran, dass jemand schlecht hört. Mythos Nummer 2. Der Tinnitus wird immer lauter Der Mythos, dass der Tinnitus immer schlimmer wird, stimmt so nicht. Es ist meist die Umgangsweise mit dem Tinnitus oder andere Belastungen für das Gehirn, wie berufliche oder private Probleme, die ihn nicht besser werden lassen. Zahlreiche Studien zeigen, dass zwar viele Personen Tinnitus haben, aber nicht darunter leiden. Auch, dass die Belastung durch Tinnitus mit der Zeit abnimmt, konnte gezeigt werden. Viele Betroffene gewöhnen sich an den Tinnitus. Den einen Personen gelingt das schneller, den anderen langsamer. Manche brauchen auch ein Tinnitus-Coaching. Mythos Nummer 3. Stress verursacht Tinnitus. Es ist nicht gesichert, dass Stress allein Tinnitus verursachen kann. Wie gehört, spielt die Hörstörung häufig eine ursächliche Rolle. Vielleicht ist Tinnitus der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Es hat alles gerade noch so funktioniert im Leben. Alles war auf Anschlag. Aber ein kleiner, zusätzlicher Stressor wie Tinnitus hat das System ins Wanken gebracht. Stress kann Tinnitus verstärken. Falls das bei Ihnen so ist, dann betrachten Sie Tinnitus als eine Art Warnsignal vor Überlastung. Immer wenn es Ihnen zu viel wird, gibt er Ihnen Bescheid, Stress abzubauen. Sehen Sie Tinnitus auch als Stress an, kommt es hingegen zu einer Verstärkung der Stressspirale. Mythos Nummer 4. Tinnitus und Gesundheit. Manche Betroffene haben das Gefühl, dass irgendeine Erkrankung oder ungesunde Ernährung hinter Tinnitus steckt, obwohl eine ärztliche Untersuchung nichts ergeben hat. Oder sie glauben, verrückt zu werden, weil das Geräusch so durchdringend erscheint. Leben Sie gesund, achten Sie auf Ausgleich und akzeptieren Sie Tinnitus als Teil Ihres Lebens. Manchmal findet man im Internet auch die Information, dass Tinnitus so schlimm sein kann, dass man sich etwas antut. Suchen Sie sich Hilfe, wenn Sie lebensübertrüstige Gedanken haben. Hier spielen meist Depressionen eine große Rolle. Ihnen kann geholfen werden. Mythos Nummer 5. Man kann nichts gegen Tinnitus tun und nur ohne Tinnitus kann ich wieder glücklich werden. Sie haben in den vergangenen Videos viel gehört, was man gegen Tinnitus tun kann. Auch wenn man ihn nicht ausschalten kann, gewöhnen sich viele Menschen an Tinnitus und führen ein gutes Leben. Ich habe schon viele PatientInnen begleitet und gecoacht. Diese haben mir das bestätigt. Lassen Sie sich auf den Gedanken ein, dass er ein Teil Ihres Lebens ist. Das ist der erste und wichtigste Schritt. Im nächsten und letzten Video wird es eine Zusammenfassung über alles geben, was wir bisher gehört haben. Bis bald!